Hallo Freunde und willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. So, ja. Ähm, meine, ähm, meine, ähm, ist schon wieder ein paar Tage her, seit ich gespielt habe. Und schon da hier nicht? Achso, äh, Jetpack. Okay. Was will zu? Diese Insekten sind zahllos. Hilf mir, sie fernzuhalten. Hm, ich habe schon eine ganz tolle Idee im Wald, natürlich. Natürlich kann man den guten Wald gebrauchen. Gegen Viecher. Da macht man auch keinen anderen Schaden. Wunderbar, was ist das denn hier? Ist das nicht bequem zu schlafen? Hä? Schaffe etwas Besseres für den Rucksack-Touristen. Was ist denn das? Schmutz. Äh? Ein Zelt? Hallo? Das checke ich jetzt nicht, warum da schmutzbar. Wie geht's denn da jetzt nach dem... Sowieso Grufthaus. Sehr schön. Haben wir nicht schon? Riesenkomischen Koch hier. Meine Nase ist nicht gut genug, um... Alleine Trüffel zu... äh, zu riechen. Ich habe nicht gelesen. Guck mal, ich gebe dir mal ein Schwein. Die suchen ja Trüffel. Haustier. Oink oink. Hm. Los. Hoch dann. Süppchen. Hm. Jetzt frisst er das auf, ohne mich was überschlossen. Huch. Ich verhindere, dass Jack diesem Baum fällt. Jack. Hallo Jack. Und wie fern soll ich das tun? Ich halte ihn auf. Was für ein Körperteil. Kann ich schon da irgendwie zusammenketten? Anhängen. Und dann hänge ich ihn... Anhängen. So, und jetzt... Kommt er da nicht mehr ran. Jetzt ist er angekettet. So. Ach, was weißt du... Bombe. Hier, das schenke ich dir. Äh, du sollst sie bezünden. Nein, nein! Ah! Ich geh zurück. Ja, nee, ist klar. Dass er die nicht wegwerft, oder so, ne? Ach, komm, schießen einfach. Pistole. Bumm. Wuuuat. 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 Das war ja wohl nicht das, äh... Das, was ich wollte. Wuuuat. Wie soll ich ihn jetzt daran hindern, dass er den Baum fällt, hier? Ach ja. Ein zerstörbarer Baum. Ach, lol. Ah, Spacko. Kannst du als Maxwells Bruder sowieso spielen? Okay. Das ist mein Jetpack. Ein Flügel. Ein Fliegel. Ein Fliegender hier. Ein Baum. Komm schon hier hoch. Loh. Befruchte den Obstbaum. Hahahaha. Hahahaha. Wat? Bienene. Ach so, hab ich Bienen losgeschrieben. Lot Bienen, mach! Oh, was ist das denn für eine alte Backpflaume? Ach so, das ist Black Tree. Hallo. Eine alte Backpflaume. Oh, was ist das denn hier für ein Ding? Kiwi! Was bist du denn für ein Baum hier, hä? Ist das was? Was ist das? Ich habe eine Bigfoot-Höhle... Ach so, ich habe eine Bigfoot-Höhle gefunden. Ich brauche aber etwas zum Dokumentieren. Hier, ich gebe dir einen Zettel. Da! Da! Wow! Wenn ich ein Menschenbaby aufziehen könnte. Ein Baby! Heya, heya, Indianer oder so. Hehehe. So, hey, was bist du denn für ein Ding? Hilf uns, das Baum uns fertig zu stellen? Was braucht ihr denn hier? Was ist denn das? Schimmel? Scharniere... Fenster... Hä? Wie soll ich denn das machen? Hier, ich gebe euch einen Hammer. Tata! Sehr schön. Wie sind denn hier noch? Zwei. Ein großer. So, was willst du denn? Ist das nicht mein kleiner Bruder oder so? Patches, hä? Mein Drachen steckt den Baum fest. Mein Drachen steckt den Baum fest. Hilf mir, ihn runterzuholen. Geil. 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 Herliuinguner! Huhuuuuu! Jetzt bin ich wirklich am зд. So, was war denn hier noch? Jetzt muss ich aber suchen. Einer ist noch da. Warum ist das rot? Warum ist das rot? Ach kacke, jetzt bin ich wieder normal. Ich muss diesen Baum fällen, ich brauche aber kein Werkzeug. Wer bist du? Chuck Norris? Schlägt die Bäume so auseinander? Oder ein Typ von Minecraft? Was willst du denn kein Werkzeug haben? Hä, bist du bescheuert? Ich mache das. Muhaha, und dann zersäge ich dich. Ah, das sollte reichen. Auei. Ach guck mal, das ist ja nur noch das eine da. Hä, neun von zehn? Was ist denn jetzt kaputt? Ich werde das wenden nutzen. Komm, hör mal auf, dann noch rumzutouren. Spacko, guck ihn dir an. Hup, 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 hup. So. Noch mal zurücksetzen, weil das rot ist. Das heißt wahrscheinlich, dass ich das nicht kann. Weil irgendwas nicht richtig ist. Ey, der soll den hier fliegen lassen. Fliegende. Ich muss doch rausfinden, was da jetzt noch ist. So, was willst du denn? Was war denn das mit dem Baum? Hä? Ach so, ich habe aber kein Werkzeug. Ich brauche aber kein Werkzeug. Oh, ich sollte mal richtig lesen. Ich, ich Spacko, ehrlich. Komm, das geht doch einfach. Hier, den schenke ich dir. Freu dich dran. Maxwells Bruder Jack. Ist das der da? Hey Jack! Jack Timber oder so'n Scheiß. Was muss ich? Hey! Dann können wir jetzt die Hauptmission machen, oder? Das bringt's ja überhaupt hier. Kann ich die noch schneller machen? Wehe! So geht das. Hilft dem Pfadfinder seinen Verdienst... Abzeichen doch zu verdienen. Zu bekommen. Hallo. Hilft dem Pfadfinder sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Gib ihm zuerst ein Werkzeug, um diesen Baumstamm zu schnitzen. Guck mal hier, Messer. Oder Taschenmesser. So. Hä? Ganz klischee-mäßig. Oder so wie's funzt. Feuersicherheit als nächstes. Gib dem Pfadfinder etwas, um die Puppe zu löschern. Natürlich. Feuersicherheit als nächstes. Jetzt wo das Feuer aus ist, braucht der Pfadfinder etwas, um die Wunden des Dummies zu heilen. Natürlich hat er doch nie so schlimme Schmerzen. Zeit zum Ziel schießen. Gib dem Pfadfinder als erstes richtige Schutzausrüstung. Was brauchst du nur für eine Rüstung? Ha. Hey, ne, der tohle ich ja nicht. Hab ich die jetzt in die Tasche gepackt? Sehr schön. Hier scheng ich die. Ah ja, ok. Schutzbrille. Ach, das wärs gewesen. Jetzt ist es an der Zeit zum Zielschießen, mit dem Pfad von einer Waffe zu üben. Eine Pistole. Eine Revolver. Muss ich diesen Idioten aus mir losnehmen, oder? Stell ihn doch mal hier irgendwo hin. Schieß doch! Hm. Oh. Okay. So, dann glaube ich, dass wir jetzt mal weiter machen. Eine Gruppe angeschraubt. Sehr schön. Uh, was nehmen wir denn? Die Burg? Oder die Grotte? Nehmen wir mal die Grotte. Okay. Vorher. Die Brotte.